Der crunchigste Burger der Welt! Man nehme die untere Hälfte eines Butterbrötchens. Bestreicht es mit Dynamite-Sauce. Zwei saftige Fleischspoletten. Eine ganze Tüte Doritos. Upsi! Ein fast heißes Käsesoche. Mhh, lecker! Feurige Chili-Gurten. Biologisches Gemüse. Eine Scheibe Tomate. Helm drauf. Und fertig ist der Touchdown im Double von Glückspilz. Wer will probieren?